Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute mal ein etwas anderes Video, denn es geht heute um ein Produkt-Review. Und zwar genauer gesagt um diese 360-Grad-Kamera. Viel Spaß! Das ist die Ricoh Theta V-Kamera, 360-Grad und das Wichtigste gleich vorneweg, ich darf diese Kamera nach dem Video behalten. Das ist quasi meine Bezahlung. Trotzdem darf und möchte ich hier meine eigene persönliche, ungefilterte Meinung zu diesem Produkt preisgeben. Ich hatte diese Kamera jetzt mehrere Monate mit im Einsatz, habe damit auch unter anderem in Dubai ein bisschen was gemacht während meines Workshops und kann dir jetzt einfach mal so ein bisschen meine Erfahrung hier mit dieser Kamera zeigen. Diese Kamera hat vorne und hinten, je nachdem, wie rum man sie dreht, jeweils eine Kamera mit ungefähr 180 Grad Bildausschnitt. Das bedeutet, dass man zwei Videos im Endeffekt hat, die auf 180 Grad aufnehmen und wenn man die dann zusammenstitcht, beziehungsweise zusammenfügt, dann ist das ein 360-Grad-Video. Und das Tolle an dieser Kamera ist, die macht das automatisch selber. Es gibt ja viele Lösungen, wo man das dann in einem Bildbearbeitungsprogramm, beziehungsweise in einem Videoschnittprogramm selber machen muss, manuell machen muss. Das macht die Kamera hier wirklich alles automatisch für dich und das in einer wirklich sehr, sehr guten Qualität. Ich habe letztens mal eine Lösung gesehen, wo vier oder fünf GoPros genommen worden sind. Die haben alle in eine unterschiedliche Richtung gefilmt. Dann wurde das manuell in einem Videobearbeitungsprogramm zusammengefügt und da waren die Übergänge deutlich sichtbarer als hier bei dieser Kamera. Du fragst dich wahrscheinlich, naja, diese Kamera hat ja gar kein Display, wie kann ich denn hier überhaupt meinen Bildausschnitt kontrollieren? Dafür gibt es eine App, die wird über WLAN mit dieser Kamera verbunden und dann hat man ein Live-View quasi, wo man den Bildausschnitt wählen kann. Da kann man dann auch die Kamera selber auslösen. Ich kann es aber auch direkt hier an der Kamera machen mit diesem großen Knopf. Ich habe hier an der Seite noch ein paar Knöpfe, einmal den Power-Knopf, dann habe ich hier eine Taste für das WLAN, wo ich das WLAN ein- und ausschalten kann und ich kann hier noch den Modus hin- und herwechseln, ob ich denn nun Video oder Foto machen möchte. Du siehst also, insgesamt ist diese Kamera sehr, sehr einfach aufgebaut. Ich habe jetzt hier unten noch einen USB-Anschluss, wo ich die Kamera laden kann. Ich habe hier auch noch einen Audio-Eingang, wo ich tatsächlich ein externes Mikrofon anschließen kann. Auch das habe ich mal probiert und dadurch wird der Sound auch noch ein bisschen besser. Sound insgesamt finde ich sehr, sehr gut an dieser Kamera. Ich habe das mal in Dubai probiert. Da sind offensichtlich mehrere Mikrofone irgendwie eingebaut. Je nachdem, auf welcher Seite man steht, hat man trotzdem die gleiche Tonqualität, was ich sehr, sehr schön finde. Generell bei solchen kleinen Geräten hat man ja oft den Fall, dass der Ton nicht ganz so gut ist. Aber es ist mir positiv aufgefallen. Es ist jetzt keine mega professionelle Lösung, also erwarte nicht, dass du den gleichen Klang hast wie in einem Tonstudio. Aber für dieses kleine Gerät finde ich den Ton doch äußerst ansprechend. So, wir machen jetzt hier nochmal einen kurzen Tontest. Die Kamera ist auf der anderen Seite. Ich werde jetzt hier einfach mal so ein bisschen was quatschen. Und diesmal habe ich kein externes Mikrofon dran, sondern das ist wirklich das interne Kameramikrofon. Ich gehe jetzt hier einfach mal so ein bisschen rum, laufe jetzt hier die ganze Zeit ungefähr im gleichen Abstand. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Hallo. Und es sollte eigentlich von den Tonen her genau dasselbe sein. Schauen wir nochmal. Ich gehe nochmal in die andere Richtung, quatsche hier die erste Zeit immer ein bisschen weiter dabei. Und der Ton sollte überall gleich sein. Ist doch ganz cool, oder? Außerdem habe ich jetzt hier unten die Möglichkeit, diese Kamera auf ein Stativ zu stellen, was ich dir auch raten würde. Man kann natürlich auch einfach so hier durch die Gegend gehen und einfach mal so ein paar Bilder machen. Gerade für Fotos ist das völlig in Ordnung. Wenn man Videos macht, dann sollte man es vielleicht doch eher auf ein Stativ stellen. Was mir auch noch so ein bisschen übel aufstößt, wenn man es aus der Hand macht, dass die Hand sehr verzerrt irgendwie noch mit auf dem Bild mit drauf ist. Das kann ich jetzt hier gleich mal ein Beispiel zeigen aus Dubai. Ja, das finde ich einfach so ein bisschen schade, dass das technisch noch nicht möglich ist, dass man diese Hand da noch rausbekommt. Aber wie soll es auch funktionieren? Also mir fällt da noch keine Möglichkeit zu ein. Von daher, bessere Lösung, diese Kamera immer auf ein Stativ zu stellen. Jetzt sind wir aber auch schon bei einem Nachteil. Man muss immer ein extra Stativ mit dabei haben für diese Kamera. Und das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht an der Kamera hier unten irgendwie eine Möglichkeit gibt, so einen kleinen Fuß auszufahren, dass man die Kamera zumindest einfach mal hier so auf den Tisch stellen kann. Ja, also die hält jetzt hier so, wenn ich sie hinstelle. Aber sie ist sehr, sehr wackelig, weil sie natürlich auch einen sehr hohen Schwerpunkt hat. Und ich würde sie ungerne auf eine Fläche stellen, die jetzt nicht ganz so gerade wie dieser Tisch jetzt hier ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, dann wäre es natürlich schön, wenn man hier einfach so einen ganz kleinen ausklappbaren Fuß hat, dass man sie einfach irgendwo so hinstellen kann, ohne dass man ein extra Stativ mitschleppen muss. Das ist so ein Nachteil, der mir aufgefallen ist an der Kamera, weil die Kamera an sich ist ja sehr, sehr klein. Aber das Stativ, was man dazu dann mitschleppen muss, ist wieder relativ groß. Und das will man ja eigentlich vermeiden. Man will ja immer kleiner werden in seiner Ausrüstung, immer leichter werden. Und da wäre es doch schön, wenn man einfach wirklich nur dieses Ding hier in dieser Tasche in seinem Fotorucksack hätte und aber kein extra Stativ braucht. Das wäre eine coole Sache. Vielleicht eine Geschichte, wenn die Kamera irgendwann mal weiterentwickelt wird in der nächsten Version. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wozu braucht man eigentlich so ein 360-Grad-Video? Ich persönlich finde es wirklich interessant, was die Zukunft bringt und dass man auch die Möglichkeit hat, jetzt in einem Video wirklich in alle Richtungen zu schauen. Und wenn man das geschickt anstellt und die Kamera gut positioniert, dann hat man da wirklich eine Möglichkeit, die man sonst normalerweise nicht hätte, um verschiedene Sachen zu sehen. Es ist definitiv keine Sache, die überall Anwendung finden kann. Aber ich stelle mir so bestimmte Szenarien vor, wo so eine Kamera wirklich toll ist. Zum Beispiel, ich arbeite ja bei Hertha BSC, da haben wir auch so eine 360-Grad-Kamera schon mal eingesetzt auf dem Trainingsplatz. Wenn man die einfach in die Mitte stellt zum Beispiel, kann man da für die Fans sehr, sehr schöne Videos aufnehmen, weil sie in alle Richtungen gucken können. Und wenn da zum Beispiel verschiedene Stationen aufgebaut sind, dann muss man nicht die Kamera drehen, sondern dann kann man einfach in dem Video sich hin und her umgucken. Oder aber auch zum Beispiel in der Architektur, wenn man diese virtuellen Touren macht, das kennst du ja vielleicht schon aus einigen Internetseiten. Da ist es natürlich auch super, wenn man einfach hin und her scrollen kann und sich den gesamten Raum angucken kann. Also es gibt schon durchaus Anwendungsgebiete, wo so eine Kamera durchaus Sinn macht. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Technischen, obwohl du ja weißt, dass ich eigentlich nicht so dieser Technik-Nerd bin. Aber es darf natürlich in so einem Video definitiv nicht fehlen. Wenn man Fotos mit dieser Kamera aufnimmt, dann hat man eine Auflösung von 14 Megapixeln. Das ist eigentlich ganz cool für so eine kleine Kamera und man hat auch definitiv sehr, sehr schöne Fotoqualität. Auch das Rauschverhalten finde ich sehr, sehr schön. Gerade für so eine kleine Kamera mit so einem kleinen Sensor ist das wirklich durchaus überraschend. Denn ich habe zum Beispiel mal Fotos gemacht, wirklich in der späten blauen Stunde in Dubai. Das kann ich jetzt hier auch nochmal kurz einblenden. Und da muss ich sagen, natürlich sieht man Bildrauschen, aber bei weitem nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Von daher gibt es da von mir auch definitiv einen Pluspunkt, weil das Bildrauschen tatsächlich relativ gering ist. Bei der Videoaufnahme sind wir bei 4K und das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern nimmt diese Kamera hier wirklich in 4K auf. Viele andere machen das nur in Full HD. Man muss dabei bedenken, dass dieses 4K jetzt auf das gesamte 360-Grad-Video zu betrachten ist. Also es bedeutet nicht, dass man jetzt einen bestimmten Bildausschnitt in 4K sieht, sondern dieser bestimmte Bildausschnitt ist dann natürlich gekroppt, sondern das gesamte Video ist in 4K aufgenommen. Und trotzdem muss ich sagen, dass man hier eine sehr, sehr schöne Qualität rausbekommt, auch wenn man nur eine bestimmte Ansicht, einen bestimmten Betrachtungswinkelgrad hat. Auch dann hat man eine sehr, sehr gute Bildqualität. Mit dieser Kamera kann man unter anderem auch zum Beispiel Livestreams machen, zum Beispiel auf der Plattform Facebook oder auch YouTube. Dafür gibt es die entsprechenden Funktionen in der App. Das bedeutet, man kann hier auch wirklich live gehen, was eine sehr, sehr coole Funktion ist und man unbedingt mal ausprobieren sollte. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, Intervallaufnahmen zu machen. Das bedeutet, man stellt die Kamera wirklich auf ein Stativ, lässt sie dort stehen und die Kamera erledigt den Rest. Also hier gibt es wirklich viele schöne Funktionen, die man mal ausprobieren kann. Ich habe jetzt auch gerade mal nach dem Preis gegoogelt. Aktuell ist diese Kamera für 419 Euro circa zu haben. Je nachdem, je nach Angebot, musst du einfach mal schauen. Vielleicht gibt es auch noch ein paar günstigere Varianten. Aber das war jetzt mal meine Meinung zu der Ricoh Theta V 360 Grad Kamera. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten natürlich auch, wenn du Fragen hast, stell sie unten einfach in den Kommentaren. Wenn du es noch nicht getan hast, auf jeden Fall den Kanal auch abonnieren. Dann verpasst du keine weiteren Videos. Schau auch mal in meinem Online-Store vorbei. Da gibt es neue Videotrainings zum Thema Lightroom, meinen Workflow in der Bildbearbeitung und so weiter und so fort. Und ich würde sonst sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao. Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren. 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 Vielen Dank.